Yo Leute, was geht aber herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Digaman Masters Online mit Felix und mir. Moin. Moin. Und spielen wir noch auf Hasenjagd. Was sei denn hier? Ich mach gerade meine Hass-Quest hier. Was denn? Ja, diese komischen Samen, da sind wir von den Birdrammern und Sabirdrammern. Die sind behindert. Das ist echt scheiße. Ja, Mann. Geh mir doch einen Rabbit, einen geilen Rabbit-Debit. Ich habe 999 M, Mann. Geil. Was, ne? Ja, ja. Jo, jo, jo. Von 22 Boxen, da gehen auch was. 30 Boxen mindestens. Heutige One Piece-Folge habe ich auch schon geguckt. War auch nice. Wollen natürlich nicht spoilern hier. Spoiler einfach machen. Da sehe ich schon die jenigste Folge wieder draußen, Alter, bis der bei mir rauskommt. Ja, eigentlich schon, ja. Und fast, äh, da ist schon Hälfte des Monats bei mir. Also vom nächsten Monat. Folge kommt. Fast Ende Mai. Da kommt hier dann jetzt auf einmal keine Musik mehr. Give me the music. And go. Voll. Du, du, du. Alle machen da, ne? So wie ich. Ja, aber das Gute ist, wir fangen gerade in die ganzen anderen Channels ab, wo ich schon war. Hehehehe. Mindestens 30 Boxen, Alter. Und wieder hoffentlich ein paar Fruits. Sicherlich bei 30 Boxen. Jawohl, da ist wieder einer. Da ist wieder ein Rabbit. Geil. So, 25. Inventage wieder voll hier. Immer noch zwei von drei. Ich glaube hier in dem Channel ist keiner mehr jetzt. Da war der letzte. Weil da ein Weemon vor mir war, der so schnell war. Jawohl, doch das neue noch. Hehehehe. Ah, du Penner. Ich glaube hier. Du, 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 du. Du, 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 du. Hello, hello. Ich war nur noch vier Boxen, dann habe ich 30. Alter, da ist wieder einer. Ey, diese Quest, Mann. Die will einfach nicht. Die ist richtig hinter. Gib mir noch diesen einen verkackten Samen, Alter. Spritzt ihn doch jetzt einfach. Ja. Zwei von drei, Mann. Die ganze Zeit. Jo, wieder nicht, Alter. Verpiss dich doch, Mann. Weiß ich nicht. Ich heile schon mit so Meatpizza mein, mein DS, Alter. Was für eine Verschwendung eigentlich, Mann. Jo, jo. What a waste of time. Oh, 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 oh. Ich bin so blöd, Mann. Oh, jetzt kommt, Channel 0. Nur nur den abfarben und dann mache ich die Boxen auf. Wuii, dann habe ich hoffen, die 30 Boxen. Inventory is full. Den Müll ganz, den brauche ich aber alles nicht. Bäm, bäm, bäm. Time for duel. It's time for ein du 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 hell. Okay, Channel sieht es nicht so aus. Als ob da ein Rabbid noch wäre. Keine Rabbid. Boah, die Quest, die will einfach nicht, Mann. Guck auf dich. Juck die einfach nicht. Nicht mal irgendwelche Cracked Eggs oder so. Gar nichts. Oh, jawoll. Oh, mein Gott, Alter. Schon fast eine Frechheit hier. Oh, kein Rabbid in Channel 4. Nein, Channel 0. Das heißt, einmal noch in Channel 4, Leute. Dann mache ich die auf. Dann mache ich die wirklich auf. Ja, da, 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 da. Lalalalalala. Und hier ist nur so ein anderer Typ. Weißt du, wenn schon so ein Birdruns spawnt, dann zieht der mir die direkt ab. Ja, 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 ja. Komm, schon noch ein einziges Item. Wir können es schaffen. Ja, 30 Boxen. Kurzel. Da ist eins. Das gehört mir. Her damit mit dem Allermärz hier. Her damit. Was geht ab? Ich habe wohl nur einer. Ja, greif halt an, Mann. Er rafft nichts. Okay, 31 Boxen. Lässt sich sehen. In 20 Minuten. Ist zwar schon hart, aber... Gucken wir jetzt mal, was wir da drin haben, ne? Good luck. Spannend. Vielleicht bekommen wir ja Digi-Ex. Here we go. 1000er Booster. Ja. Ja, ein 3.5er Egg, 100%. Hö. Hatte ich bisher noch gar nicht. Aber mir geht es eigentlich... Eigentlich geht es mir um die 1000er Booster. Voll Fruit. 1000er. Fruit. Buff Roots. Ja, endlich, Alter. Okay, kein Digi-Eck, aber dafür ein 3.5er Egg. Mal gucken, welches das ist. Karmamon wieder. Jetzt habe ich zweimal Karmamon. Nice. Kann ich jetzt eigentlich versuchen. Auf Dingens zu headchen. Auf 4, 5. Yay, Mega Level. Sakuyamon. E-Z-T-O. Sanks. Gehen wir mal weiter hier. Gehen wir mal weiter hier. Jetzt müssen wir noch 20 von diesen Scheiß-Items sammeln, ey. Ach mein, Ryodawan will einfach nicht hochgehen, ey. Auf 117 geblieben, was ein Scheiß, ey. Ich habe gestern aber warm und versucht zu klonen, äh, zu fruten. Acht Fruits verkackt. Ja, und wenn ihr die doch mal rechnet, wenn ihr die Fruits aus dem Cash shop holt, ne. Sieben, äh, sieben circa eine Fruits, ne. Ist schon hart, ne. Jo. Kann man so sagen. Egal, dafür habe ich jetzt 20, 40, 60, 61.000er Rooster. Ich glaube, ich mache das auch nachher nochmal. Ein bisschen sammeln gehen. Wie hießen Damen gehen. Pokémon kann weg. Und Regen-Data. Ich glaube, ich habe schon kein Regen mit, doch. Warte mal kurz. Ich habe etwas falsch gemacht. Speak with Biomon. Ich muss erst nochmal mit der kleinen Snitch hier oben reden, man. Jetzt hätte ich fast schon Zeit verschwendet. Ich habe es fast nicht mal geblickt. Man, was soll denn sowas? Ey, ich versuche jetzt mal, Demi-Meram und so hatchen. Ein Dinger, vielleicht klappt es ja, aber ich habe kein Archiv, glaube ich, oder? Ne, habe ich nicht. Vielleicht klappt es ja. Das muss ich ja auch noch machen. Shit. Ding. Hey, warum jetzt? Ding. What the fuck? LoL. What happened? Kaputt. Keine mehr. Okay. Ähm, was mache ich jetzt? Warte mal, ich gehe mal in Channel 1 Singens holen. Kann ich eigentlich mit, wenn ich habe einen Karbermon, 100% Deck, habe ich ja jetzt zwei Stück, ne? Ja. Kann ich die jetzt einfach weiter hatchen? Also bis 355 auf jeden Fall und dann, eigentlich müsstest du weitermachen können. Ich habe dieses 100% Completion up to phase 3 Karbermon, Melkinabidi-Eck. Ja. 100% 355, aber kann ich das auch weitermachen? Eigentlich schon. Normalen, äh, Aquadaten. Ja. Mal gucken. Vielleicht steht da raus, ja, in 4, 5 Karbermon. Aquar. Boah, 8M, alter. Mal 20 Stück. Boah, 160M. Aber man braucht schon. Das ist viel. So. 3,5 Karbermon habe ich drin, ne? Äh, kaputt gegangen. Nummer 20. Muss man ein bisschen mit dem Glück spielen, ey? Man muss mit dem Glück spielen. Das hat ja auch langweilig. Speak with Cherrymon, ey. Was wollen die denn jetzt noch von mir alle? Jetzt muss ich nur diesen Scheiß. Kuvergamon Raider killen gleich. Beide kaputt gegangen. Oh, siehe. Nuggets. Um. Da, 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 da. Togemon kann ich rein tun. Hm, okay. Wart dann erstmal. TM38, easy. Identify the enemy. Wart. Ich würde sagen, die Folge ist vorbei, Felix. Ja, die Folge ist vorbei. Danke fürs Zuschauen, die geilen Säue. Egeilen Typen, ey. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Haut rein, ciao. Haut rein, ciao.